Erstens wird der Passatier untersucht. Wenn du spielst, dann hast du irgendwas Metallmisch. Da müssen alle sitzen bleiben und sich angeschnallt haben. Man braucht Regeln, sonst, sonst, die Welt, sonst, 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 sonst. Es kann irgendwas Gefährliches sein. Man darf nicht zu tief fliegen, sonst, sonst, sonst. Landet es an so einem Haus und dann brennt es. Man muss immer so hoch fliegen, wie von dem Tower die Leute das sagen. Nicht auf den Sofa springen. Ja. Keine körperliche Gewalt. Sonst, sonst, sonst tun sich alle weh. Nicht einfach loshören. Und das ist gefährlich. Man kann seine Eltern verlieren da. Man darf nicht auf irgendeinen Knopf drücken. Dass man da nicht rennen darf. Und keine Süßes klauen. Wenn du fl dabei bist. Untertitelung des ZDF, 2020